Inzwischen ist es hier jetzt schon November, aber selbst im Oktober war es schon ziemlich matschig. Oktober war recht verregnet. Die Temperaturen sind auch gefallen, so dass die Pferde jetzt schon nachts ihre regendichten Decken tragen. Sie sind ja bisher über Nacht noch draußen auf der Weide. Wenn sie dann morgens zurück auf den Platz kommen, hinterlassen sie matschige Hufabdrücke im aufgeweichten Boden. Ein Anzeichen dafür, dass die Weidesaison dem Ende zugeht. Auf dem Hof ist jemand Neues eingezogen. Turnip der Welpe. Wie auch Trudy ist er ein Airedale Terrier, aber er ist erst 15 Wochen alt. Trudy und Turnip haben schon Freundschaft geschlossen und verbringen einen Großteil des Tages mit Spielen. Außerdem läuft mir Turnip, wohin ich auch gehe, überall hinterher. Er ist ein sehr neugieriges und selbstsicheres Hündchen. Er findet die Hundeschiebetüre, die wir vor ein paar Jahren vor Bob gebaut haben. Ganz toll. Ein anderer neuer Zulauf ist unser Gänserich Elvis. Turnip ist noch etwas zaghaft mit ihm. Er hat aber auch einen großen Schnabel. Die Gänse bekommen jeden Morgen ein bisschen Hafer, während ich die Hühner rauslasse. Was sie davon übrig lassen, bekommen die Schafe. Um diese Zeit ist die Wolle der Lämmer schon so lang und weich, dass sie sich manchmal in den Brombeerranken verfängt. Mit ein bisschen Hilfe lassen die Ranken dann schon doch wieder los. Sohn. You stuck, are you? Bit stuck? What have you done? Huh? I'll help you out. Hang on. Pull! 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 Come on, you can do it. There you go. Now. Wenn wir dann den ersten Nachtfrost bekommen, ist es an der Zeit, die Kürbisse zu ernten. Die tolle Ernte bietet sich gleich als Fotogelegenheit für Turnip. Was ja auf Deutsch Rübe bedeutet. Manchmal muss man auch seinen Spaß haben. Und Turnip nimmt das gelassen. Er mag jedwede Aufmerksamkeit. Not a fine harvest this year. Pumpkin, 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 pumpkin. Turnip. And Turnip. On a heap of pumpkins. Oh, we're just too silly, aren't we? Unsere Ernte fällt bisher sehr gut aus. Genug Kürbisse für den Winter. Riesenzucchini, Zwiebeln. Und es gibt sogar noch ein paar reife Tomaten zu ernten. Und scheut euch erst unsere Apfelernte an. Wir haben es noch nicht mal geschafft, alle zu ernten. Und die Vögel hatten auch schon ihren Festschmaus. Der Lauch wird bis Jahresende noch etwas wachsen. So auch die rote Beete. Die Vögel haben sich an den Sonnenblumen schon reichlich bedient. Aber noch genug für uns gelassen. Das wird die neue Generation im Frühjahr pflanzen können. Es gibt noch viele hübsche Farbpunkte im Garten. Die zartrosa Hortensie. Ein Blumenbeet ist von Kapuzinerkresse überwuchert. Das ist toll, denn so kann schon weniger Unkraut darauf wachsen. Und die Kaninchen haben reichlich Kapuzinerblätter zu knabbern. Wozu ich den ganzen Sommer über nicht gekommen bin, ist das Umsetzen der Komposthaufen. Aber an einem sonnigen Herbstnachmittag gehe ich die Sache endlich an. Und es dauert gar nicht so lange, bis der eine halb verrottete Haufen umgeschaufelt ist. Denn das Material ist trocken und leicht. Das Umschaufeln des halb verrotteten Pflanzmaterials durchmischt alles mit Luft. So kann alles gut weiterrotten und sich wieder in Gartenerde verwandeln. Ich decke den Komposthaufen mit einem Stück alten Teppich ab. Um alles dunkel und warm zu halten, was der Verrottung weiter zugute kommt. Wenn diese Arbeit erledigt ist, habe ich nun wieder reichlich Platz für das ganze Grünzeug, das ich von den Beeten abjäte. Höchste Zeit, ein paar Narzissenzwiebeln fürs Frühjahr zu pflanzen. Flora hilft mir dabei, den Pferdemist, den sie und ihre Familie in kleinen Häufchen überall auf der Weide hinterlassen haben, zu verteilen. Das machen wir mit einer Wiesenschleppe. So bekommt die ganze Weide etwas von dem Dung ab. Außerdem verhindert man somit, dass sich Parasiten in den Dunghaufen vermehren. Ich liebe diese stille Arbeit auf der Weide mit den Pferden. Es ist etwas sehr Besonderes, mit einem solch kräftigen Tier zusammenzuarbeiten, das so gerne bei der Sache ist und mir hilft, einen wichtigen Job zu erledigen, den ich ohne sie nicht schaffen würde. Wie ihr vielleicht schon wisst, hat der Tierarzt ja im Sommer bestätigen können, dass unsere Eselin I.A. ein Fohlen erwartet. Er war sich nur nicht so sicher, wann, im November oder Dezember. Wir halten ein Auge auf I.A.'s wachsenden Bauch. Was der Vater Gordon zu all der zusätzlichen Aufmerksamkeit zu sagen hat, solange er genug Gras zu fressen hat und die Sonne warm auf seinen Rücken scheint, scheint er zufrieden mit sich und der Welt. Wir halten ein Auge auf I.A. an